Vor wenigen Wochen kündigte Microsoft die Einführung von Sudo für Windows an in diesem Blog-Eintrag und auch die Doku dazu gibt es schon. Das Ganze hat allerdings einen Haken bzw. ist eine durchaus große Enttäuschung, aber das schauen wir uns jetzt hier mal im folgenden Video im Detail an. Für all die bisher noch nicht so viele Berührungspunkte mit GNU-Linux oder anderen Betriebssystemen aus der Unix-Familie hatten, gucken wir uns mal ganz kurz an, was ist Sudo überhaupt? Es entstand in den frühen 1980er Jahren, um Unistudenten volle Root-Rechte, also Administrator-Rechte, auf einzelne Programme zu gewähren, ohne dass sie gleich diese Root-Rechte auf dem gesamten System haben. Bis dahin ging das nicht, man konnte nur komplett auf dem ganzen System Root sein oder eben nicht. Dort erkannte man, dass es sinnvoll ist, die Rechte nur auf die Komponenten und die Bestandteile zu gewähren, die auch wirklich die Rechte brauchen und nicht überall global. Seitdem wurde Sudo regelmäßig weiterentwickelt und ist mittlerweile in so ziemlich jedem Unix-ähnlichen System und natürlich auch GNU-Linux enthalten. Das gehört mittlerweile zum Standardwerkzeug eines jeden Linux-Benutzers, dass man mit Sudo sich entsprechend Root-Rechte holen kann. Es bietet auch eine ganze Reihe an Funktionen, zum Beispiel protokolliert es die Sachen und man kann eben sehr granular einschränken, wer was können soll. Das ergibt dafür extra eine Sudo-Erst-Datei, wo man das genau festlegen kann. Eine der wohl größten Funktionen oder Mehrwerte von Sudo ist wahrscheinlich, dass es im Kontext des aktuellen Nutzers abläuft. Ich wechsle also nicht zu einem Administrator-Konto, sondern bin mit meinem normalen Nutzer angemeldet und der kriegt für einen bestimmten Befehl Root-Rechte. Dementsprechend läuft alles in seinem Kontext. Das ist für viele Programme wichtig, weil die zum Beispiel Daten ins Benutzerverzeichnis legen, was ansonsten im falschen Benutzerverzeichnis landen würde. Auch der Arbeitsablauf wird nicht unterbrochen. Ich muss mich nicht irgendwie in einer neuen Konsole anmelden oder ähnliches, sondern ich führe den Befehl direkt aus mit Sudo davor, kann danach ohne Root-Rechte weiterarbeiten. Es ist längst Best Practice, dass ein Nutzer nur so viele Rechte haben sollte, wie er braucht. Das hat man bei Microsoft lange verschlafen bzw. versucht auszusitzen. Es gab dort lange überhaupt keine Möglichkeit, vernünftig den Kontext so zu wechseln, dass der eigene Nutzer hochgestuft wird. Erst Windows 2000 führte den Run-S-Befehl ein, mit dem man überhaupt die Möglichkeit hatte, als Benutzer A ein bestimmtes Programm im Kontext von Benutzer B zu starten, ohne sich abmelden und neu anmelden zu müssen. Das wurde aber kaum genutzt, weil es eben trotzdem ziemlich umständlich war und eben das eben erwähnte Problem hatte, dass es im Kontext von Benutzer B läuft, also nicht von Benutzer A. Außerdem war es unter Windows sehr lange üblich, dass man mit einem Administrator-Konto arbeitet. Darum hat das in der Praxis gar nicht so viel gebracht, weil die meisten Programme eben dann doch immer ein Administrator-Konto brauchten. Lange Zeit blieb das auch so, bis dann 2006 Microsoft sich doch dazu entschied, hier etwas nachzurüsten, und zwar die Benutzer-Konten-Steuerung, kurz UAC, die kam mit Windows Vista. Sie ist bis heute in Windows integriert. Kann man sich auch ganz kurz, zum Beispiel hier machen wir Terminal, wenn man da bei irgendeinem Programm sagt, als Administrator ausführen, nochmal hier per Rechtsklick, jetzt kommt hier so ein Dialog, das ist die Benutzer-Konten-Steuerung, die UAC. Das Programm möchte jetzt also Administrator-Rechte bekommen und ich muss das hier erst bestätigen. Wenn ich hier Nein drücke, dann wird das blockiert. Und erst wenn ich dann Ja drücke, dann bekomme ich hier das Programm mit Admin-Rechten gestartet. Und ich bekomme hier eine PowerShell, wo ich jetzt gucken kann, ob ich hier ein Administrator bin. Ja, ist true. Ich bin also ein Administrator. Ich kann jetzt auch kurz die Gegenprobe machen. Ich führe das ohne Rechtsklick aus, also bin hier ein normaler Nutzer. Und jetzt sagt er mir, ich bin kein Administrator, habe also nur eingeschränkte Rechte. Weil das bei Microsoft lange so unzureichend war, gibt es hier diverse Drittanbieter-Programme aus der Community, die versucht haben, hier bessere Lösungen anzubieten. Da gibt es zum Beispiel hier dann das Suran, aber auch sudo4windows. Das ist auch schon, sieht man am Datum, relativ alt. Und hier macht man eigentlich einen ganz einfachen Trick. Hier zum Beispiel bei Suran, da geht man her. Wenn man das nutzt, wird der Nutzer kurzzeitig, also der aktuell angemelte Nutzer, in die Admin-Gruppe verschoben. Dadurch hat er Admin-Rechte, kann den gewünschten Vorgang ausführen. Und später schiebt man ihn wieder aus dieser Gruppe raus in die normale Nutzer-Gruppe. Mit dieser Vorgeschichte dauerte es etwa 39 Jahre, nachdem sudo entstand, bis auch Microsoft da eine Implementierung für Windows nachgerüstet hat, die mit dem sudo-Werkzeug, das ja Standards gesetzt hat, gerade im Serverumfeld, vergleichbar ist. Derzeit ist es erst in der Windows 11 Insider Preview Build Version enthalten, also dieser Vorschau-Version von Windows 11, und zwar genauer im Bild 26052. Ich habe es bei mir für den ULabs Portalartikel mit 26058 ausprobiert. Dort ist es enthalten. Schauen wir es uns hier auf einer Insider Preview VM oder einem Insider Preview Testsystem an. Hier ist wie gesagt die aktuellste derzeit drauf, die 80.1. Wenn wir hier uns mal eine Konsole aufmachen, also wieder das Terminal, und hier mal sudo who am I angeben, dann sagt er uns, keine Fehlermeldung, dass es nicht vorhanden sei, aber sudo ist auf diesem Computer deaktiviert. Um es zu aktivieren, wechseln Sie zu den Developer Settings Page in der App Einstellungen. Das ist hier sogar verlinkt, ganz sinnvoll, da kann ich draufklicken, muss also nicht in die Einstellungen rein, zumindest theoretisch. Steuerung muss man noch drücken. Jetzt klappt es auch perfekt. Hier gibt es verschiedene Entwicklereinstellungen. Da ist ganz unten jetzt sudo aktivieren, sudo Befehl aktivieren, kann man hier auch ausklappen. Da muss man einmal den Schalter auf ein drücken. Jetzt fragt er nochmal, wollen Sie wirklich? Ja, wollen wir. Jetzt ist das aktiv. Hier unten gibt es noch eine Untereinstellung, konfigurieren, wie sudo ausgeführt wird. Hier gibt es jetzt verschiedene Modi, die man zum Beispiel vom Linux- oder Unix-Werkzeug nicht herkennt. Einmal in neuem Fenster, das ist der Standard mit deaktivierter Eingabe inline. In neuem Fenster macht in meinen Augen am wenigsten Sinn. Wenn er mich jetzt den Befehl nochmal wiederholen, dann fragt er uns erstmal über die Benutzerkontensteuerung, weil er will ja jetzt Adminrechte anfordern. In dem Fall für das HMI-Programm. Ja, jetzt hat er ein neues Fenster geöffnet. Wir sehen davon aber gar nichts, weil das direkt wieder zugeht. Das ist ja bei Windows-Standard mäßig so. Das heißt, hier müsste ich jetzt sagen, CMD, ein Konsolenfenster, HMI und Pause. Dann das Ganze nochmal bestätigen. Jetzt geht eins auf und ich sehe, das geht nicht direkt zu. Mit Administrator-Rechten. Also ist hier ein bisschen umständlich. Das Vergleichbare zu GNU-Linux wäre hier inline. Es gibt zusätzlich noch so eine Schutzfunktion mit deaktivierter Eingabe, um eben da die Angriffsfläche zu reduzieren. Ich mache es hier mal inline. Dann klappt das nämlich auch in dem ersten Beispiel ganz am Anfang. Nochmal hier sudo. Hier sieht man, wie Microsoft wieder einiges kaputt gepatcht hat. Nämlich theoretisch müsste jetzt, also HMI funktioniert. Mit sudo vorne dran müsste es theoretisch auch funktionieren. Klappt aber in der aktuellen Insider-Perview nicht mehr. In der 58er für meinen Portalartikel hat es noch funktioniert. Hier geht es jetzt bloß noch über die Shell. Also wenn ich jetzt hier mit CMD, mit dem C-Parameter das Ganze starte, ist aber im gleichen Fenster. Das heißt, das klappt jetzt zumindest, dass er dieses Inline grundsätzlich genommen hat. Etwas unschön an der Sache finde ich, wenn wir das ausführen, zeigt er hier bloß sudo an. Ich sehe also nicht, was konkret passiert da jetzt. Dass sudo das Ganze im Hintergrund aufruft, das ist klar. Aber was macht sudo hier? Erst wenn ich auf Details anzeigen klicke, dann sehe ich hier so ein bisschen kryptischen Aufruf. sudoexe elevate-p, noch eine Prozess-ID und dann hier CMD. Das ist der Befehl, der ausgeführt wird. Also das ist, denke ich, nicht so ganz optimal. Das kann ja auch irgendwie von Chartsoftware missbraucht werden, wenn man da nicht genau aufpasst. Wir können damit jetzt theoretisch zumindest alle Applikationen starten, wie wir es von Linux her kennen. Also sudo zum Beispiel PowerShell. Ich bin hier gerade in der Eingabe-Forderung, also CMD, nicht in der PowerShell. Damit fragt er mich jetzt erstmal, möchte ich PowerShell ausführen? Ja, möchte ich. Und jetzt bin ich hier in einer Windows-PowerShell mit Admin-Rechten. Das klappt soweit also, soweit so gut. Doch hier ist der Spuk auch schon vorbei. Ein Blick in die Doku zeigt, dass da gar nicht allzu viel mehr möglich ist, wie man es hier aktiviert, konfiguriert. Das wird hier beschrieben. Auch das mit den verschiedenen Ausführungsformen, die ich eben gezeigt habe. Aber viel mehr gibt es da derzeit nicht. Nein, doch. Bei sudo wird es hier, also bei dem GNU-Linux-Sudo, erst richtig losgehen. Ich habe es vorher schon so ein bisschen angerissen. Es gibt eine umfassende Konfiguration, wo man im Detail einstellen kann, welcher Nutzer soll was konkret können dürfen. Muss er ein Passwort dafür eingeben? Wenn ja, wie lang ist das gültig? Zum Beispiel 10 Minuten lang. All das kann man hier einstellen. Protokollieren ist ebenfalls möglich. Also es gibt hier relativ umfangreiche Möglichkeiten. Doch all das fehlt bei Microsoft. Dazu wird die Sicherheitsarchitektur von der ganzen Implementierung durchaus kritisch begutachtet. Gibt es hier einen ausführlichen Blog-Eintrag dazu. Also das wirkt alles auf den zweiten Blick gar nicht mehr so toll, wie es jetzt vom ersten her mit dieser Ankündigung klingt. Dazu hat es Microsoft mal wieder kommunikativ geschafft, alle richtig zu verwirren. Und zwar mit Windows-Servern. Die Vorschau-Version hatte dort ebenfalls Sudo. Das macht auch Sinn. Das wird ja viel auf Servern genutzt. Aber jetzt sagt Microsoft, das ist für Windows-Server gar nicht vorgesehen. Das haben wir da bloß aus Versehen eingebaut. Das soll wieder rauskommen. Das heißt bloß für die Clients. Hier liest man das totales Chaos bei Microsoft. Das ist ja oft so, dass die es mit der Kommunikation nicht so drauf haben. Also erst mal grotesk, dass man die Server ausschließt. Dazu gibt es das Ganze auch bloß für Windows 11. Wer noch Windows 10 nutzt, was ja immer noch unterstützt ist, der guckt hier in die Röhre. Kommt vielleicht irgendwann. Das weiß Microsoft anscheinend selber noch nicht so genau. Die sind da extrem agil unterwegs. Auch hier in dem Blog-Eintrag sagt man bloß, da wird später, sollen noch mehr Folgen in den nächsten Monaten. Da weiß man offensichtlich selbst noch gar nicht so genau, wie soll es damit weitergehen. Was sind die Ziele? Es ist ein Desaster. Das, was Microsoft da macht, ist in meinen Augen eher verwirrend. Der Befehl heißt gleich, aber die Implementierung, die ist komplett anders. Die hat mit dem von GNU-Linux nicht mehr allzu viel zu tun. Das kennt man ja anders. Bisher kopieren die ja meistens viele Sachen aus der GNU-Linux-Welt. Da hatte ich auch mal einen Beitrag zu gemacht von mehreren Sachen, die Microsoft kopiert hat. Da ist es auf der Potenzial für Verwirrungen haben und das Chaos bei Microsoft zeigt, dass man da selbst noch nicht so richtig weiß, was das Ganze soll. Was sagt ihr zu Sudo4Windows? Schreibt es gerne auf ULabs.de ins Forum oder in die Kommentare. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.